heute was geht ab immer wieder am start und herzlich willkommen zum neuen video hier auf meinem kanal einem heute reagiere ich mal auf killer cats älteres video im titel steht ja es sollte irgendwas mit söhne ok lass rein starten alle herzlich willkommen zu diesem video ich muss ganz ehrlich sagen ihr kennt das bestimmt selber marschall gibt es so momente da denkst du dir einfach nur so hurensohn 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 und heute hatte ich genau so einen moment denn ich habe das video für heute fertig geschnitten es musste nur noch rändern mein programm stürzt ab weil es ein hurensohn ist und das programm hat sich gespeichert weswegen ich auch mal vom gefühl alles neu machen könnte allerdings fehlt mir zu die zeit weswegen ich heute mein so erwartetes video wie es eigentlich droppen wollte nicht droppen kann was mich gerade richtig tätet weiß ich kann die datei nicht lesen sonst hätte ich jetzt noch probiert das meiste zu kappen wie es geht aber es geht nicht und als ausgleich muss ich halt einfach sagen könnte ich gerade richtig fett kotzen da ich aber auch wie gesagt kann ich das hier und das ist ein mein schifter ist wirklich sehr leise mein das ist ein bisschen aggressiver und das ist ein bisschen aggressiver und das ist die freundlich noch nie gesehen kräftet aber richtig geil konnte über schloss sehen möchte ich einfach nur noch sauer und Das Video kommt, sobald es fertig ist. Ich probiere mein Bestes, es so schnell wie möglich rauszubringen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Jo, Leute, dann war es auch diesmal mit diesem einen guten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Das gerne like und abo da und check gerne Killecats Kanal aus. Wir sehen uns. Tschüss!